Was ist das für eine Frau, die für Deutschland reihenweise Medaillen holt? Was ist das für eine Frau, die sich in die Slalom stammen wirft? Was ist das für eine Frau, die Mobilität ganz anders definiert? Was ist das für eine Frau, die an ihre Grenzen geht? Was ist das für ein Lächeln unter dem Rennen? Was ist das für eine Frau, die jeden Tag Höchstleistungen bringt? Eine Frau wie du und ich. Und dennoch einzigartig. Anna-Lena Forster, Paralympicsiegerin.